Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind raus aus Ustengraf. Horn gab es keins, dafür schönes Krönchen für unser Kätzchen. Und jetzt machen wir uns mal auf die Socken nach Moortal oder so, wie das Kaff auch immer heißen mag. Denn unser Kater ist richtig müde. Unsere Fähigkeiten verbessern sich sehr, sehr langsam und ganz allgemein müssen wir einfach mal wieder ein kleines Päuschen einlegen. Und wie beim letzten Mal schon angedroht, habe ich mir überlegt, wir gucken uns mal diese Mini-Quest-Reihe an, die es dort gibt. Die mache ich eigentlich ganz gern. Da geht es ein bisschen um Vampire, da können wir ein bisschen Vampirstaub einsammeln, den brauchen wir ja auch noch. Und im Allgemeinen ist das so ein kleines bisschen, ja nicht unbedingt eine Detektiv-Geschichte. Es ist nicht so wie diese Mörderjagd in Dingsbums, äh, Windhelm. Sondern es ist mehr so ein bisschen Sleepy Hollow-mäßig. Ähm, ein kleines bisschen Horror-Geschichte. Sehr schöne Side-Quest, mache ich eigentlich ganz gerne, kann man hier mit tollen Sachen verbinden. Und wenn wir für den Jarl hier drei Aufgaben erledigen, haben wir die Option, ebenfalls einen Begleiter zu kriegen, so wie wir in Weißlauf Lydia bekommen haben. Ich bin mir gerade nur allerdings nicht sicher, ob ich mehrere davon kuriere. Natürlich. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja. Lasst mal sehen. Das Waisenhaus in Rifthorn hat eine neue Leiterin. Sie bat mich, diese Mitteilung und das Volk zu bringen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Fantastisch. Wie die wohl zu einer neuen Heimleiterin kommen? Kann man sich ja kaum vorstellen, dass da Bedarf besteht. Was wohl mit der Alten passiert ist? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idroth eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle... Geht bitte wieder in eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberei in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Was habt ihr gegen Zauberer? Dann machen wir mal weiter. Nur am meckern und motzen und wenn dann einer nicht hinhört... Ach, ist egal. Wir machen einfach weiter. Das ist eine fantastische Einstellung. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ich würde Mortal verlassen. Könnte. Könnte. Wie fühlt ihr euch, Jarl Idroth? Die Visionen halten mich weiterhin im Gleichgewicht, Gorm. Also unverändert. Keine Sorge, mein Freund. Alles ist gut. Na dann, wenn alles gut ist. Das Leben hat euch also nach Mortal und zu mir geführt. Wozu dies geschah, werden wir gewiss noch sehen. Willkommen. Der Kollege da im Zimmer links... Boah, labert die schon wieder. Need something? Auf jeden Fall. Ah, jawoll. Das ist ja eine unserer Motz hier. Nein, lass mal gut sein. Ja, also wir können die Leute jetzt beschenken. Wir können mit denen handeln und die auch ein bisschen verarschen. Was auch immer. Also wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Das kriegt man eigentlich natürlich erst, wenn man ein gewisses Level an Redegewandtheit erreicht hat. Das wir jetzt offensichtlich haben. Alright then. Wonderful. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Super. Nur, das Unsichtbare kann Unrast verursachen. Sogar Furcht. Das ist zu erwarten. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Die Zeit wird mir Recht geben. Ja, da bin ich mir fast sicher. Die Zeit kriegt ja irgendwie alles hin. Aha. Okay, die sind einfach nur ein bisschen... Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Bist du der Aushilfs-Jarl oder was? Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrods Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Wie auf dem Stuhl da rumsitzen, Falten im Gesicht schlagen und... Naja, egal. Ah, das habt ihr also gesehen, was? Und gehört. Die Lage in Moortal ist in letzter Zeit angespannt. Die Leute sind unsicher, rastlos. Sie hängen fast mit religiösem Eifer an den Lippen des Jarl. Okay. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Man munkelt von einer Rebellion gegen das Kaiserreich. In den Sümpfen hört man des Nachts seltsame Geräusche. Und dann ist da noch das Kauerspiel mit Rogas Haus. Die Männer sind einfach nur auf der Suche nach Weisheit. Alles wird gut ausgehen. Wollen wir es hoffen. Na gut. Dann gehe ich mal. Finde ich gut. Ja, wir gehen auch mal. Da ist beim Jarl bisher nicht viel los. Nein, tut mir leid. Nichts. Dann laber mich nicht an. Kurier. Gibt es ja gar nicht. Ach, der Regen kommt mir gerade gelegen. Dann verziehen wir uns mal in die Taverne. Endlich kommt jemand. Zieht eure Stiefel aus und bleibt ein wenig. Sagt mir, falls ihr irgendetwas benötigt. Momentan habe ich sehr viel Zeit. Okay. Das ist mal eine eigenartige Einladung. Ach, das mit dem Regen. Eigentlich perfekt zum Schlafen. Ich kann bei Regen sehr gut schlafen. Willkommen in Mordlik. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Ich dachte doch, die ist ein bisschen finster drauf. Ich dachte, wir haben es mit einem Dunkelhelfen zu tun. Aber alles tut die. Ähm, ja genau. Lassen wir ein bisschen was von der Stadt hören. Scheint ja sehr komisch drauf zu sein, das Volk hier. Rogas Haus? Es ist vor kurzem abgebrannt. Das mit seiner Frau und den Kindern ist wirklich schlimm. Die Schreie haben die halbe Stadt aufgeweckt. Die meisten Leute meiden es, da sie fürchten, es sei verflucht. Ja, verflucht sowas. Hm. Roger behauptet, das Feuer sei von der Kochstelle ausgegangen. Einige sagen, Roger hätte es selbst gelegt. Das bedeutet, er hat die Kochstelle angelassen oder angemacht oder wie oder was? So erzählt man es sich. Er lebt jetzt bei Alvar. Einen Tag nach dem Brand ist er eingezogen. Es gehört sich einfach nicht, einen Tag, nachdem die Familie stirbt, zu einer neuen Frau zu ziehen. Ja gut, soll er unter der Brücke schlafen wie ein Troll oder was? Hast du ihm ein Zimmer hier angeboten? Und ansonsten ist das erstmal, naja, sieht komisch aus. Aber wenn sie ihm Obdach anbietet, könnte harmlos sein. Ja, unser Jarl wüsste jedoch nur zu gern, ob er es getan hat. Vielleicht zahlt er sogar dafür. Ich glaube, er ist eine Sie. Aber passt schon. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns mal ein Zimmer. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Fantastisch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Und da wir in der Nacht nicht verhungern wollen, pfeifen wir uns noch ein Süppchen rein. Oder zwei. Gut, Katze satt, Katze glücklich. Dann bringen wir Katze noch ins Körbchen und dann ist alles super. Ja, 12 Uhr mittags, mehr oder weniger. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, ist aber im großen Ganzen kein Problem, da die meisten Katzen sowieso 20 Stunden am Tag pennen. So gefühlt. Bis dann. Ja, bis dann. Lydia, Schatz, du stehst schon wieder in der Tür. Oh, sorry. Das mit dem Kessel tut mir furchtbar leid. Ich hatte nicht vor, eine Taverne zu betreiben. Aber Valium wollte hier hin, also bin ich mitgegangen. Jetzt bist du alleine hier und betreibst die Taverne. Wenn dir etwas mit dem Jahn zu... Gut. Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrods Zeit... Ich versuche zu verhindern, dass mich Leute anlabern. Gibt's ja gar nicht. Nein, tut mir leid. So, hüpfen wir mal beim Jahn aufs Bett und... Ach nee, sie ist noch wach. Sehr gut. Vorbildlich. Ich spreche und meine Worte dringen anderen ans Gehör. Ich hege die Hoffnung, dass sie meinen Worten stattdessen zuhören mögen. Naja, das eine ist Akustik, das andere irgendwie Aufmerksamkeit. Kommt einfach darauf an, wie interessant das ist, was du erzählst. Ihr meint den Brand in Rorgas Haus? Er hat Frau und Tochter in den Flammen verloren. Meine Leute glauben nun, dass es mit einem Fluch belegt ist. Wer bin ich, dass ich ihnen widersprechen könnte? Du bist real. Rorga gibt seiner Frau die Schuld, weil sie Beerenfett ins Feuer gegossen hat. Viele glauben, er habe das Feuer selbst gelegt. Solange man das nicht beweisen kann, ist es nicht sehr nett. Begierde kann einen Mann dazu bringen, das Undenkbare zu tun. Die Asche war noch warm, als er Alva treu schwor. Ach, so weit sind die schon. Nicht einfach nur Obdach. Aufgrund von Gerüchten und Tratsch? Nein. Aber ihr, ein Fremdling, könnt vielleicht die Wahrheit für uns finden. Durchsucht die Asche, die andere nicht anzurühren wagen. Seht, was sie euch sagt. Wenn ihr seine Schuld oder Unschuld beweisen könnt, werde ich euch dafür belohnen. Klingt hier schon mal super. Da haben wir einiges vor. Lydia, Regenschirm, mitkommen. Wenn ihr etwas mit dem Jahn... Nein, tut mir leid. Nichts. Sag mal, der Kurier hat auch keinen anderen Job. Ich versuche, die Möglichkeit zu verhindern, trotz Zeitverschwendung. Also der Kurier logert nur rum, um mir zu sagen, dass er keine neue Post hat. Wer hätte es gedacht, er war nicht mal eine Poststelle, um was zu holen. Und dieser Steward hier, also der Stellvertreter vom Jarl, rennt mir auch den ganzen Tag hinterher und sagt, reg mit mir, reg mit mir. Oh, hi. Nö, ich bin der Nordstern, du bist Helgi, jetzt kennen wir uns, sind wir nicht mehr fremd, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kein Fremder bin, also ich kenne mich gut. Du kennst dich auch gut. Also, passt doch alles, kennen wir uns doch. Ach, sie schattert. Wir spielen was und dann reden wir noch mal ein bisschen. Keine Ahnung. Ich wüsste zu gern, was hier passiert ist. Okay, let's play hide and seek. Du findest mich und ich erzähle dir. Gut, wir haben ja Nacht, das wäre kein großes Problem. Ich kann dir nicht sagen, sie könnte mich hören, sie ist so nahe. Wenn du mich erst findest, kann ich dir sagen. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja, timingmäßig sind wir gerade ein bisschen neben der Spur. Irgendwo hier? Na also. Mach mein Glück weg. Mach mein Glück weg. Wah! Wah! Hey! Genial! War das jetzt der zweite schwarze Seelenstein? Jupp. Das heißt, wir brauchen wieder schwarze Seelensteine. Die findet man zum Glück fast überall. Oh Mann. So, was haben wir denn da? Dietrich hier gleich drei Stück. Bisschen was davon. Nekromantenschlappen. Ja, würden wir Nekromanten spielen, wären die bestimmt ganz toll. Ah, Vampirrüstung ist eine leichte Rüstung. Also eigentlich dürfte ich, ja. Und wenn wir bei den Assassinen sind, wäre es nicht schlecht. Außerdem ist die Rüstung besser als das, was wir zur Zeit tragen. Machen wir mal so. Sie haben mich gefunden. Sie haben mich gefunden. Leilat war versuchen, mich zu finden, aber ich bin glücklich, dass Sie mich gefunden haben. Mach das. Oh Mann. Das ist so eine traurige Geschichte mit dem Mädchen. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall schon Hinweise zu Vampiren hier. Und zum Schicksal von der Kleinen. Jetzt pfeifen wir uns noch zwei Stücke Käse rein. Das müsste erst mal reichen. Und wir kriegen... Welchen Grund hat er denn jetzt bitte hier aufzutauchen? Leilat. Sie ist tot. Er ist mir spart. Sie ist... Sie ist ein Vampir. Hast du gut erkannt. Warum bist du jetzt hier? Sie ist tot. Leilat ist tot. Woher wissen wir, dass das seine Frau war? Hm, unsere Katze hat den vollen Durchblick. Leilat? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Leilat. Naja, so arm schienen sie nicht gewesen zu sein, oder? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Liebe wohl zu sagen. Du fandst das gar nicht komisch, dass deine Frau einfach verschwindet, ohne sich zu verabschieden, nachdem sie mit jemandem reden wollte, den sie nicht leiden kann. Wenn du morgens aufwachst, musst du dein Hirn wieder reinsetzen, ne? Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... Bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Glauben ist nicht Wissen. Also, ich bin ziemlich sicher, dass sie ein Vampir ist. Aber dafür brauchen wir erstmal Beweise, oder? Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lelette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Das stimmt wohl. Außerdem habe ich ja gesagt, wir brauchen Beweise, ne? Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass das Geruckel bald wieder aufhört. Gibt's ja gar nicht, dass der immer mal Zicken macht zwischenzeitlich. Na gut, erster Schritt, ziemlich erfolgreich. Das heißt, jetzt klingeln wir mal den Jarl aus dem Bett. Ich bin mir fast sicher, dass die inzwischen nicht mehr auf dem Stuhl sitzt. Gut, sonst hätte ich mir wirklich Gedanken gemacht, dass sie vielleicht hier festgewachsen ist oder so. Aufstehen. Ist Rorga unschuldig oder nicht? Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir von ihr die Erlaubnis bekommen, das Haus zu durchsuchen. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrods Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Mir wäre es ja recht, wenn du versuchen würdest, zu verhindern, dass meine Zeit verschwendet wird. Du könntest zum Beispiel einfach verschwinden. Das wäre mal was. Und wir könnten zum Beispiel jetzt mal nach dem Haus von ihr gucken. Wenn sie wirklich ein Vampir ist, ist sie vielleicht... Was macht ein toter Todeshund hier? Da habe ich die Maus ein bisschen zu schnell bewegt. Okay, dem Fall nach war hier vor kurzem ein Kampf zwischen Vampiren und der Stadtwache. Du siehst leicht grimmig aus. Wenn hier ein Todeshund ist, dann ist hier mit Sicherheit mindestens ein normaler Vampir, wenn nicht sogar ein Vampir meister. Der Pfeil zeigt nach da, das heißt eigentlich müsste der Gegner auch da sein. Wenn man sich das anguckt, wo die überall einschlagen, nehmen wir mal an, die Wache hat die meisten verfehlt und dann den Hund erledigt. Okay, dann galten die Pfeile wahrscheinlich dem Hund. Bedeutet, da haben wir noch weitere Leichen. Sehr gut. Vampirmeister, ich habe es mir doch gedacht. Stahlpfeil passt, Vampirrüstung, ja gut, haben wir schon eine. Wo wir gerade von Vampirrüstung sprechen, die könnten wir eigentlich mal anprobieren hier. Zeig mal. Richtig, die ist besser als die, die wir tragen. Unsere hat im Moment auch keine besonderen Fähigkeiten. Warum nicht? Hat ja schon irgendwie was. So, dann lass mal gucken. Albers Haus. Abgeschlossen, aber so wie es aussieht derzeit mit der Stadtwache kein großes Problem. Es ist mir sowieso irgendwie lieber, wenn der Vampir gerade mal nicht zu Hause ist. Ach, das gibt es gar nicht. Na also, hier. Fast. Na also. In geschlossenen Räumen hier. Wenig Platz. Ich glaube, da schenken wir uns das mit. Mit dem Bogen. Rocker, da schläft er ja. Und hat ein eigenes Bett gekriegt. Durchaus. Nicht schlecht für ihn. Und die hat einen offenen Sarg im Keller. Ja, das könnt ihr euch hier gerne durchlesen. Einfach auf YouTube hier ein bisschen Pause drücken, dann habt ihr alle Zeit der Welt. Und das wäre das Tagebuch. Ich würde sagen, wir nehmen es mit. Dann haben wir den Beweis dabei. Das gilt übrigens als unerlaubtes Eindringen. Und dafür gibt es ja Boni im Schleichenbaum. Soweit, so gut. Wir sind da eingekommen. Ein Kampf. Okay, irgendwo sind wahrscheinlich wieder Vampire unterwegs. Da wäre ein bisschen Nachtsicht nicht verkehrt. Manchmal kommen hier auch Drachen her, aber irgendwie... Ah, hier vorne ist was los. Das sind aber auch alle Stadtwachen. Na ja, lass gut sein. Wenn die so weit weg sind, dann ist egal. Das heißt, wir packen uns mal mit dem Jarl zusammen und schauen mal in das Tagebuch rein. Da bin ich dann gespannt, wie es passiert. Im Normalfall gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Ich werde nämlich sonst immer überrascht von dem Vampir. Und dementsprechend... Ja. Ist die Vampirin dann schon hinüber. Die Sumpf im Schlafen. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Ja. Nur wenige haben ihre Augen offen. Faszinierend. Alva! Ich hätte nicht gedacht, dass sie da zum Stande wäre. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Ja, mach Sachen. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Hier. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Mowarth, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Mowarths Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Okay, können wir machen. Also gut. Tapfere Krieger und dann rockt die Sache. Okay. Bringt uns zu Mowarths Lager. Ihr seid der wütende Mob. Ja. Tötet den Vampir. Tötet ihn. Fantastisch. Tötet ihn. Okay, Fackel habt ihr. Wo sind eure Mistgabeln? Wo sind die Krieger, die mir versprochen wurden? Warum nicht einfach ein paar Leute von der Stadtwache? Nein, tut mir leid. Nichts. Ich mach den Kurier bald rund. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Ihr seid neu in Mowarthal. Wir... Noch nichts. Macht ihr keine Mühe. Ich bleib nicht lange. Alles klar. So viel zu den tapferen Kriegern. Der wütende Mob, der uns begleitet. Im... sicheren Abstand, wie ich anmerken möchte. Wird wohl kaum sehr hilfreich sein. Wir könnten mal gucken, ob... ...die Fackel uns ein bisschen mehr Licht macht. Ach, wenn wir die Fackel ausgerüstet haben, wird die Laterne abgenommen. Das ist interessant. Machen wir das lieber so und packen die Laterne wieder dran. Und irgendwas findet das Spiel gerade gar nicht so toll. Wahrscheinlich macht Steam im Hintergrund wieder tausend Updates. Das bedeutet, ich werde die Aufnahme jetzt gleich mal abbrechen. Und der Aufnahmetimer sagt mir auch, es wird langsam Zeit. Das bedeutet... Diese Vampirhöhle und Geschichte hier, machen wir dann morgen. Was habt ihr gedacht? Wir gehen in den Wald und machen Picknick oder was? Ja. Und es gibt überall Vampire? Feiglinge! Wir müssen die Vampire töten! Sie sollen büßen! Ja? Natürlich! Aber warum soll er nicht zuerst reingehen? Okay, schon verstanden. Feige Hühner. Gut, dann gehe ich mir jetzt noch ein bisschen Mut antrinken. Und morgen gehen wir dann hier in dieses Lager. Meistervampir stellen und hoffentlich niedermachen. Bis dahin, macht's gut. Hallo, John, steif. Ciao, Freunde.